willst du echt noch mal in eine arena gehen oder was nein hier ww 2 gegen 2 magier bis zum team ein zahmer gestärker schamane den windläufer mensch also zwei erden haben wir zwei dds das wird lustig und dann aber eins stammt aus dem anime overlord einsamer ja da ist der eine nämlich 1 oder so keine ahnung aber auch in dem mmo und konnte sich nicht mehr ausloggen so ein bisschen aber ist ganz cool der anime ich glaube ich glaube der war auch mal eine zeitlang auf netflix er ist ja schar mir unsichtbar wenn es ein nachtelf ist wäre es möglich wegen der volksfähigkeit uh ich habe ihn gekillt wir haben gewonnen der war alleine naja gut vielleicht ist er nicht geliebt vorher im fahrer habe ich ihm den todeschlag gegeben woher weiß noch damals unser match blutdk gegen blutdk wo wir wirklich wo wir wirklich bis zum ende gekämpft haben ohne dass es einen gewinner gab bis zum ende wo das match zu ende war nach 45 minuten ich werde das nie vergessen wie ich damals mit mit fulgore gegen links gespielt habe gegen konradi und irgend so ein mate und die konnten halt einfach gar nichts konradi sagt mir was was die weltkrieg geht gerade unter oh nächstes arena-match geht los äh scheiße jetzt muss ich doch noch bei ihm gucken ja komm schau zu einer steht links lieber ich will sehen wie du verlierst ich will den gleich verlieren hey ich hab wieder den selben mate ich hab den selben mate alter mal gucken wie es läuft durch die kiste durch die nächste kandidat der gleiche muted wird und ich glaube wir haben wieder denselben gegner aber diesmal ist es nur ein windläufer das war vorhin auch bloß mit dem windläufer ne vorhin waren zwei ne stimmt das war auch nur der monge äh der der windläufer gell sein mate war ja gar nicht da ne das ist ein anderer das ist ein anderer name das ist er nicht ich steppe ihn aber auch schon wieder wie die letzten drecks bastarde alter hat er mich erstmal getäubt alter oh shit alter 101 hat er gekriegt und diesmal hat mein mate den kill gekriegt aber ich hab trotzdem mehr damage gemacht fast doppelt zu viel fast doppelt zu viel und nächste nächster arenakampf und wieder dasselbe mate wie geil oh shit war oben auf dem balkon wachstelle ist die mitte mal drücken was für eine nacht für cool tierrasse schön versteht ok 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 wo war denn da wo das jajajaja was kann sein dass da rumgelaufen ist ich weiß es nicht Ah, schade.